Ich habe jetzt hier mal die Lilliput BR56 mit der LokSound V4 Allerdings ist da noch der Original-Lautsprecher, also der Standard-Lautsprecher von ISO dabei Die Lok ist schon ewig nicht mehr gefahren, jetzt wissen wir auch warum Das Bremsen-Quietschen muss ich aktivieren Irgendwann Das ist dick Ja, wie schon gesagt oder erwähnt, da ist der Original-Lautsprecher drin Ich müsste mir vielleicht mal zwei Zimo dafür kaufen Irgendwann Irgendwann